Die Vereinigung der Hotschaka feierte Standartenweihe und damit sie nicht alleine feiern mussten, kamen auch zahlreiche weitere donauschwäbische und banatschwäbische Trachtengruppen und Vereine. So ging es dann auch mit einem großen Festzug in das Kastolusmünster. Anschließend war Tanz und Vergnügen in der Stadthalle Moosburg angesagt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017